jo wie angekündigt die erste version mit besserer qualität allerdings muss ich schon vorweg sagen es ist sehr dunkel deswegen habe ich ein bisschen nachgeholfen verzeiht mir aber sonst objektiv die qualität blablabla ist besser ja also guckt euch einfach an und viel spaß nein das will ich wasser damit kann ich dienen wasser müsste ich haben aquafall nice 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 dann nochmal schauen was ich übrig hab eine machtpille why not gegen die frau ich nicht eine diamantpille tranktänisch bin ich gar nicht so gut aufgestellt ne mehr tränke das brauche ich auf jeden fall zwei stück ja mal gucken ob ich mir noch ein kaltgetränk gönnen kann ich glaube es nicht verkauft er glaube ich nicht ne ja wer braucht schon kein getränk hier ganz ehrlich da müsste ich alles haben harthülsenpulver so dann habe ich hier alles dabei dann kommt mein sprint saft hin so Untertitelung. BR 2018 Ja, das müsste passen. Dann gehen wir mal einjagen. Auf geht's. Und was trinken. Pass auf! So. Wo ist es denn? Elementar Widerstand. Weil ich sonst explodiere. So. Achso, haben wir irgendwas Gutes dabei? Ja, komm. Können wir uns. So. Achso. Komm, komm. Okay. So, eigentlich nicht. War hier noch eine Machtpille dabei? Ja. Nice. So, die Katze, äh, gönnt sich da mal was. Direkten zweiten. So, wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber cool. Wir haben ja einen Todessprintfang genommen. Ja, falsche Richtung gerollt. Brauchen acht Minuten zum Aufstehen. Also, ein bisschen Distanz wieder gewinnen. Bei dem Nacken ist der Junge übelst asozial. Also, wo ich nachdenke, wenn ich einen anderen Mampel mitnehmen soll. Kann ich das mal mitnehmen? Danke. Ach, komm schon. Wie weit willst du denn noch rum... rumgraben? Ja. Man liegt halt viel zu lange einfach nur rum bei dem Jungen. Ich werde den anderen Mantel mitnehmen sollen. Den Lebensmantel. Bis jetzt läuft es gut, tatsächlich. Mein Verbrauch von Schränken ist zu hoch, wie ich finde. Aber gut. Muss man mit klarkommen. Okay, da war nur ein Barot. So. 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 Kommst du bitte runter? Komm schon. Komm schon. Nice. Haben wir den Jungen. Durch den ganzen Jungen durchschießen. Macht den meisten Damage aktuell. Einen muss ich noch rauskriegen. Okay, nice. Ja, ist der Schwanz. Und. Die nehmen wir uns auch noch. Anja will hierbleiben. Cool. Ah, holy shit. Beruhig dich doch. Ich habe keine Sprinzlefte mehr. Aber auch viel zu lange zum Nehmen. Aber ich brauche ihn eigentlich. Zum Fighten. Ich muss das übelst krass touchen, ne. Sonst. Und da brauche ich ihn halt einfach für. Nice. Können wir uns nicht schwanz. Das läuft. Deutlich besser als das erste Mal. Ich meine ich brauche zwar noch eine normale Anja und nicht die High-Rank Anja, aber gut. Damage ist Damage. Hier hinten. Ein paar Tränke nachmischen. Verdict-Mantel kann man wieder nutzen. Ja, cool. Okay. Weiß wieso hält die Katze angeht immer mehr aus als ich. Das war nicht das Schlauße, was ich hier gemacht habe. Das war nicht das Schlauße, was ich hier gemacht habe. Ja, hi Barot. Geht's dir gut? Geht denn nicht mich? Ich hasse das. Anja ist halt gerade übelst am Ausdauer regenerieren. Die hat halt durchgeböllert. Junge, beruhig dich. Oh, noch mehr. Au. Au. Hallo? Das war so eine dumme Idee. Oh, die Anja ist langsam low. Der Barot hat sich ver... ...fisst. Und... ...mein göttlicher Segen... ...ploppt halt... ...prockt halt echt gut. Bomber. Bomber. Oh, 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 oh Ich mag das nicht Oh, zerpisst er sich Wir werfen noch ein paar Sachen auf ihm Autsch Und fang uns den Jungen Nice Nice Bin halt einfach ein Boss Ja, das muss ich halt einfach vor Augen führen Cool ich bin Einfach Anja weggebläuft Ich meinst du recht Uh, was kriege ich, was kriege ich Deine Videolingzeichen Okay, muss ich mir gleich mal angucken Ah, das ist nice Die Kantine wurde verbessert Yay Geil, besserer Koch Bist noch in einem Stück? Jo Toh, mit dem Anja nah, da nicht hier sind begeistert Danke, geil Und jetzt wissen wir die mysteriösen Informationen und Schlüssel Die du gefunden hast, keine Bange, das werden wir Du, der Festival Games jetzt erst Sollen wir in der Zwischenzeit so viele Hinweise wie möglich Unsere Pauschung hängt davon ab Und was gibt es? Nichts Ja, ist cool, aber ich werde hier erstmal meine Ernte begutachten Und die kriegt ein Dünner Ernten tun wir später So, verschmelzt, Alter, was gibt es? Hast du meinen Scheiß? Das ist auch cool, wie die ein ganzes Ding auf Holz baut Und die Fackeln überall mit Feuer sind Und die Fackeln werben auch aus Holz Das ist super Ration einschmelzen Okay, aber dafür brauche ich andere zu wählen Und holy shit Aktuell benutze ich lieber Aber danke für die Info Suche nach Rattianspun Das ist immer noch meine Aufgabe Cool, cool Cool, cool, cool Ich gehe aber erstmal den Koch besuchen Und die Schmiede auf dem Weg dahin Wenn wir schon mal da sind Schmiedeboy Machen wir, machen wir, machen wir Aber zuerst Gehren wir uns meinem besten Freund Den Koch Blablabla Yo, yo, yo Du hast eine neue Kantine Und eine geile Quest Direkt für mich Pödozin Gyros Okay Sollte kein Ding sein Okay Ein bisschen aufgerüstet Oder war das da schon immer Ich weiß es nicht Bei die Decke würde ich mich erinnern Eigentlich Aber gut Was hat er denn für krasse Gerichte Jetzt Oh ja Das ist Ordentlich Na, da sind doch die ersten L-Sachen bei Die geben auch ordentlich ausdauernd alles Sexy Irgendwann Was ist das überhaupt Top Nahrungsfähigkeiten Da Fuck Können wir das mal Nein Ich wollte Zwischensequenz sehen Dann nicht Dann Nicht Wie schlägt sich deine Ausrüster Meine Ausrüster schlägt sich super Aber ich brauche mehr Vor allem waffentechnisch Bin ich hier echt Am Sack Okay Cool 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 Ja Was Was Got Was Uhm Was Amen. 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 Ah, ich war weg. Aua. Hat weh, ich hab meinen Fuß geschlagen an der Tür. Alles cool. Ah, 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 zack. Mal kurz schauen. So, was gibt's denn hier noch? Ein paar Optionale Quests fertig machen. Ja, die, die ist jetzt echt nicht so, äh. Obwohl, die brauchen normale Anjas, meine ich, glaube ich noch. Aber deswegen war ich an der Schmiede. Ah, ich erinnere mich. Glaub, mein, ähm, mein, 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 mein Bogen hier. Ja. Oder mach ich erst mal. Ich könnte auch den Diablasbogen erst mal machen. Ist ja auch ne Idee. Okay. Oder. Ich erlege einen Rathjan. Für den Prinzessendenfall 2. Fragen über Fragen. Ich knechte einen Rathjan. Mal schauen, gegen was ein Rathjan empfindlich ist. Das soll sich nicht aus dem Kopf. Und ob ich Beutezüge dafür habe. Weg. Der einzige in dieser Scheiß, in diesem Scheißding das tut. Uh. Befristete Beutezüge. Muskyros. Viertel 5 vorgegebene hochrangige Monster. Wo sehe ich denn welche vorgegeben sind? Ich muss ja einfach wissen, was ein Drachenältester ist und was nicht, ne? Oh. Oh, Game. Ähm. Kannst du? Danke. Jetzt ist mein Bild verschoben. Oh. Ah, das kann man machen. So. Untersuchung. Oh. Rathjan. Da muss ich Rathjan Rathras. Hm. Wie viel Zeit habe ich da vor eigentlich? 30 Minuten? Naja. Nö. 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 Ne. Na wo ist denn ein Rathjan? Da. Ein Silber. Ein Gold ist okay. Was? Was? Okay, er ist mal wieder da. Werde ich ja nach WLAN-Schlüsseln und irgendwelchen Scheiß gefragt. Ach, ich hab schon gegessen. Habe ich eigentlich noch West-Syphil? Ja, komm, dann werden wir uns die auch noch. Wenn wir schon mal hier sind. Und einen Käfer. Und einen Käfer. Dann machen wir den hier auch noch durch. Müsst ja jetzt reichen, ne? Ich hab eigentlich einfach... Nö. Ich hab keinen Sprintdrang mehr. Warte. Müsst. Müsst. Moin. Warte, coole Leute. Wie geht's euch? Mein Bauchrad, alles cool. Ja, seh ich auch so. Und da war ein kurzer Frame-Drop. Stimmt, was ich immer noch mal machen sollte. Der kommt zwar auf mich zu, aber egal. Man hat mir ja gesagt, das macht eh nichts. Also ein bisschen schon, aber... Na ja, ganz ehrlich. Darauf kann ich auch verzichten. Ja, auch wenn's jetzt gefühlt richtig scheiße läuft. Holy shit. Okay, was ist dein Problem gewesen gerade? So, was gönnen wir uns denn mal? Wir gönnen uns alles. Achso, ich hab jetzt gar nicht geguckt, was der Schwach ist, ne? Egal, wir bringen ihn doch einfach so. Wasser scheint erstmal ganz gut zu sein. Ich hab keine Blitzbomben, aber ich bin ja echt gut vorbereitet. Ich hab hier ein Nahkampfgeschäft gehabt hier. Weil wir ja eh relativ nah dran stehen, können wir uns den extra Schaden auch gönnen, ne? Ah, da war die Ausdauer, ne? Täuscht doch nicht an! So, wollte ich nicht in den kranken Mantel lanzen. Sein Rennen ist halt echt. Das ist nicht das geilste. Ich denke halt immer, ich bin safe. Aber ich bin's nicht. Come on! Er hat trotzdem mein Material bekommen. Zumal ich Panzer eigentlich aktuell nur brauche. Wende! Ich mag Wende, die Füße geben. Alter! Ich hätte die Option nie ausstellen dürfen, ne? Ich weiß nicht mal, was die tut, aber... Ich hab da irgendwie ein bisschen Lebel hinzuschmeißen. Meine Grafikkarte gefällt's anscheinend nicht. Oh, ich brenne die ganze Zeit. Ich bin's aber aufgefahren. Na gut, wenn der sich verpisst, dann... Ich mach's einfach wieder an. Ja? Ich muss noch mal gucken, was die genau tut, aber... Scheint dann deutlich besser zu laufen. Ich will kein Wasser... Ach, egal. Und dann hab ich's jetzt generell mal komplett kaputt gemacht dadurch. Aber egal. Here you go! Tümpelkapsel. Goal. Ich weiß nicht, was die machen, aber ich werfe ihn damit ab. Das hat mich auf jeden Fall nicht gefallen zu haben. Ah, ich bin durch die Kamera. Mein Gott. Ist okay. Ah, ich wollte das Zeug aber haben. Okay. Ich mein, ich hab so viel... Gegengifte. Ist das jetzt nicht das Problem? Ähm, könntest du bitte aufhören, mich, äh... ...schubsen? Also ich hab so viel Gegengät, aber nicht dabei. Mein, du bist doch jetzt auch vergiftet. Was bringt das dir? Oh, fuck. Soll ich mal wieder durch? Gut. Oh, natürlich. Jetzt, wo ich gerade... ...angreifen will. Ich hasse dich, der hier zum Kämpfen. Lieber fucking Gift. Okay, ich hab so viel gegenseitig. Okay, ich hab's. Okay, ich hab's. Du sollst das machen, nicht nachladen. Oh fuck, bin ich. Ich hab doch gesagt, bitte nehmen. Wieso hörst du denn mich auf mich? Ich meine, es bricht extrem viel Shit von mir halt ab, aber bei mir halt auch, so. Dann fallen wir gleich nochmal einfach den Trank rein, dann sind wir halt vergiftet, so who cares. Das geht aber gut, ne? Oh, Alter. Gäst du dann, bald komm nicht. Oh, der Mark am Bogenschützer. Nett. Hat keine Falle mitgenommen, also. Ich kann sagen, der will doch nicht einfach nur hoch. Und dann gönne ich mir normale Katzen da, ne? Da war ein Viererteam zusammensprachen. Obwohl, geht das? Mal schauen. Ah, anscheinend. Dann haben wir uns ein neues Team aufgebaut. Na, der ist unten in seiner Höhle. Wir sind gedriftet. So, Leute. Wisst ihr ja, ne? Am ersten Schuss bracht er immer extra Damage. Wenn er schläft. Den gucken wir, dass er möglichst gut raushauen. Der war ganz dezent, würde ich sagen. Braum gefällig ist aus der Luft. Nope, das war's. Hoffen wir, dass wir ein paar Panzer rauskriegen. Jo, gönn dir Katze. Doch kein Eisigenpanzer. Geil, ne Platte. Ich will in den Abgrund stürzen. Hier kann ich guter fallen. Sollen wir mal nach falschen Stelle? Ist auch okay. So. Keinen einzigen Panzer? Doch, zwei Stück. Ach, Bonusbelohnung. Danke, Legianer-Set. Wir haben uns echt ein bisschen angepisst gewesen. Ah ja, halt doch deinen Maul einfach mal. So. Rein, wo bist du? Hi, Fettvieh. Nice. Weiß ich aber auf jeden Fall ausmachen kann und darf, das weiß ich. Das hier soll manuell ausmachen. Weil das effektiv nichts bringt. Ich mein, ich find's schon schöner, wenn's da ist, so. Aber nur, weiß ich nicht, weil's halt... Sonst ist halt alles so grau, ne? Lassen wir's einmal aus. Sehr gewöhnungsbedürftig, aber gut. Was soll ich herstellen? Alles sollst du herstellen. Fuck. Fuck. Den brauch ich gar nicht. Wow. Profi. Der ist ja falsch schmieden, ne? Danke. Oh. Gut, da brauch ich jetzt radschern Plus Zeug. Aber dann hab ich eigentlich alles soweit. Gut, da fährt mir noch ein Erz. Nein, nichtsdestotrotz, den brauchen wir ja trotzdem, wenn ich hier hinten hin will, aber, na ja, ja, bloß könnte ich mir dann jetzt, den Schwanzschutz bekomme ich glaube ich auch so hoffentlich. Erstmal kaufen, nein kann ich nicht, aber ich kann eine neue Dekoration anbringen, nicht hier, da ist auch mein Bono. Was ist denn da mit dem, ja. Das ist immer gut. So verkaufen, Kollege. Raus damit. Gut. Wollen wir mal runter, runter, runter durch die Gegend rennen? Hier hast du was, okay. Okay. Was hast du? Ich schlachte dich, wenn's Müll ist. Immunisierer ist okay. Es ist nicht perfekt, aber es ist okay. Nun, sprich. Anzerschutz krieg ich glaube ich von dem gar nicht. Ach ne, ähm. Diablos. Diablos. Diablos Schwanzschutz. Krieg ich beim Zerlegen, okay. Heißt, Diablos könnte ich sammeln. Oh nein, ich will nicht... So. Habe ich ne Diablos Quest vielleicht? Aber dann müsste er ja hier so... Obwohl, die sind alle abgeschlossen. Ne? Gut. Suchen wir uns ne Untersuchung aus. Und da wir ihn zerlegen wollen, werden wir ihn noch nicht fangen. Nein, ich brauche Tränke. Über alle. Die Diablos sollte nicht allzu krass werden. Die Diablos sollte nicht allzu krass werden. Ja. Da haben wir noch nicht 20 Stück gemacht. Ohne ne Dingspille vor und Müller. Gehen wir einmal hoch zum Koch. Schauen wir uns die neue Sequenz an. Und dann... Netzen wir den einen oder anderen Diablos. Je nachdem, ob wir unseren Shit bekommen. Geht alles gut aus, Müller. Uh, der arbeitet immer richtig? Krasser Scheiß. Hätte ich nie gedacht. Not bad. Not bad. Not bad. Okay. Gut. Verhang. Schreibt mir da ein krasses Buch. Habe ich vergessen gegen was der anfällig ist. Wo ein Bogen halt einfach cool dafür ist, weißt du. Quatsch doch nicht immer so viel. Das ist okay. Das ist gut. Das kann mein Bogen. Ja. Jetzt muss ich auch noch nen Trank jetzt nehmen. Ne. Ist eh gemakst. Mit nem neuen Essen. Nice. Das ist so geilen Scheiß für mich. Ja. Huh. Warte mal. Neh mich doch gerne. Sack. Mein Diablos wohnt ja eh dahinten. Oh nein. Wollte ich doch gar nicht. Wollte ich doch gar nicht. Da finden wir dann zumindest Spuren auf jeden Fall. Nein. Babad juckt mich jetzt nicht. Ja. Genau. Diablos. Da haben wir auch schon die Spur und ihn auf der Karte markiert. Oh. Oh. Der ist eh unter mir. Habe ich nur Hardhalsentrufe dabei? Okay. Oh. Die haben das wirklich noch ganz gut Fußspuren eigentlich. Habe ich. Oh. Jetzt habe ich genug ne. Ja. Diablos. Ja. Und dich. Ist deine geistige Störung eigentlich normal? The fuck. Ich habe vergessen, dass ich mich verwegen muss. Rennen wir das nächste Mal weiter. Oh man. Oh man. Oh go go. Revierkampf Nice Ich liebe Revierkämpfer Bye Ich kann nicht ganz was ich will, aber immerhin Du Bruder Ich muss mal wieder aufstehen Revierkampf vorbei Das ist ja gut Bye 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 Und den Arsch Bye 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 Na, wie geht's dir? Ernsthaft? Hat der sich gerade wieder hochverpisst? I hate you! Ich war ja gerade so schön exhausted. Wie können wir das bitte lassen? So hässlich hier zu falten. Hier oben zu fallen ist er komplett geistig gestört. Null Platz für gar nichts. Wer dachte sich das ist ein guter Platz fürs Monster zum landen wäre? Nicht einmal kriege ich den Ratz durch. Ne? 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 Mein Gott, wieso da oben? Wieso da oben drauf, Alter? Das ist halt echt auf der geistig gestörten Skala ganz weit oben. Das ist ein großes Monster, das trifft immer gleich 80 Kilometer Umfeld so und da oben hast du keinen Platz, um ordentlich auszureichen. Gute Idee. Hier müssen wir uns mal auf etwas einigen, damit man auch arbeiten kann. Wenn meine Katze auch ihren Job machen, das sind halt alles so Fragen, die ich mir stelle, oder die ich mir stelle, die einfach mal nett wären, wenn man die aber antworten würde. Auf geht's! und jetzt geht er wieder runter die kämpft doch schon ja Oh nein! Oh, die Fresse. Und da ist dein Schwanz ab. Gebrauchst du doch sicherlich nicht mehr, ne? Oh, der hat echt viel HP. Meine Krippe ist jetzt nicht merklich besser geworden, seitdem ich das erstmal bekämpft habe. Ja, damit hätte ich bewegen müssen. Ja, damit hätte ich das rechnen müssen, so. Okay, er ist fast down. Oh, holy shit, wieso renne ich in deine Richtung? Bitte nicht, bitte dich, bitte nicht. Bitte doch. Kannst du aber bitte die Kamera nicht so scheiße fixieren. Holy shit. Okay. Was ist das? Da ist der Schwanzschutz I like Vielleicht kriegt sie nur aus dem Schwanz Hier kannst du noch mal recht intensiv Weil der halt krass angepisst ist Und hier nicht sehr viel Platz ist Was ist das? Was ist das? Was ist das? Geht auf die Katze Wir haben hier ein Problem mit der Katze Das war jetzt so Weniger spektakulär würde ich mal sagen Wozu brauche ich eigentlich nochmal den Schwanzschutz? Ich bin so verwirrt Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oder auch Spritextrakt Nice Ach so, wir haben jetzt nicht mehr aufgezählt Okay Alter Dann die Schmiede mal befragen Für irgendwas brauche ich den Diablos Panzer Also Aber ich weiß nicht mehr wofür Sicherlich ja irgendeinen Bogen qui Dafür brauche ich ganz normal Anja Zeug Ah! Dafür! und dafür brauche ich den Diablos Schwanzschutz Okay, gehen wir uns doch nochmal Diablos holen. So, ne Machtpille nehmen wir mit. Wenn wir die Möglichkeit haben, dann kriegt er auch ne Fassbomben ins Gesicht. Naja, soo, nicht will ich eigentlich haben. Krieg halt viel zu krass aus Maul von dem Jungen. Braucht er durch Verteidigung. Und auch Schrei und Blitzkapseln. So, ja, gleich sind wir fertig. Oh, noch ist Kugel 5? Äh 4, wieso habe ich so viele? Glaubt ihr, ihr habt mal irgendwie gegiftet bekommen durch irgendwas? Aber ich bin natürlich nicht sicher. Au. Machen wir das so fertig. Dann sind wir auf Kleider fast. Und dann halten wir wieder deutlich mehr aus. Ich habe keine Ahnung, wo man die jetzt alle her hat, aber okay. Kugel 5. 3. 10. 11. 10. 11. Na gut, HP müssen wir jetzt nicht extra maxen. Nehmen wir mal was anderes mit. Aber den Mantel ist ja nix für mich. Wieder eher auf den Lebenskraftmantel. Einfach weil man halt immer mal gut was wegstellen kann. Auch wenn ich göttlichen Segen drauf hab. Der göttliche Segen an sich bringt gar nicht so viel, wenn man ehrlich ist. Wird die Katzen von da oben auf jeden Fall mitnehmen. Weil mehr ist immer gut. Ein Schildträger, cool. Okay, muss ich lang. Können wir bitte nicht. Und Leute, der ist gerade außer Puste. Nice. Das ist sexy zum Engagen. Ich wollte hier hoch. Könntest du noch mal eine andere Fähigkeit benutzen. Könntest du noch mal eine andere Fähigkeit benutzen? Ja. Könntest du noch mal eine andere Fähigkeit benutzen? Könntest du noch mal eine andere Fähigkeit benutzen? Ja. Könntest du noch mal eine andere Fähigkeit benutzen? Ja. 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 Dann können wir noch mal eine Fähigkeit benutzen. Ja. 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 Okay, und ab nach unten. W-W-W-Why? W-W-W-W-W-W. W-W-W-W-W-W-W. Jo, alles, alles ist gestumpt an der Seite. Nice. Und hier unten ist einfach ein Problem. Und weiter geht's. Müssen Schwänze looten. Wir müssen ja erstmal den Schwanz abbekommen und dann looten. Ah der steht glaube ich wieder da oben auf dem Cut-Ding. Na gut, aber diesmal habe ich eine kleine Armee bei mir. Okay dann auch nicht, dann eben nicht. Ihr sollt den Angreifer mich nicht anschauen. In der Luft. In der Luft. No. Komm schon, alter. Darf ich auch aufstehen oder ist das einfach nicht mehr erlaubt. Okay. 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 All right, ah. Ich will da gar nicht die ganze Zeit hochfliegen, aber cool Danke Ah, ich muss das sein mit dem Kopf durch die Gegend Scheißding Ich will nix brechen, ich will abtrennen Du ist ein scheiß Schwanzhaugen Können wir es aber noch mit der Katze Wann hat meine Katze, meine Alte ist gestorben Wer will freiwillig, du Ähm Au Ups Hui Ich hasse den Diablos-Freiheit Hier oben Ja, zu schön gewesen Bitte schlag mir dich mit dem Arsch Beruhig dich doch mal bitte Ah, das war glaube ich zu Krass Nein, war es nicht Ich glaube, es war zu viel, das Goon Er läuft nach links und nicht geradeaus Ärgerlich Erstmal den Mann schon wieder aufziehen Mach doch mal was anderes Kollege Er kann halt nur rennen Er wundert sich dann, wenn er keine Auswahl mehr hat So wie jetzt Keine Ausdauer, ich muss einfach rumstehen Geht das shit, das shit da oben haben Ich hätte es wissen müssen, dass er nur das kann Ich wollte doch hier erstmal weg Kollege Und ich will unbedingt einen Kackschwanz haben Ich brauche es Ich brauche es Oh, meine Katze ist fast tot, aber ich kann mir gerade keine neue holen, weil die noch lebt. Fuck it. Oh, oh. Oh, nett. Gutes Empfangskomitee. Nice. Finally. Achso, willst du nicht weggehen? Anscheinend nicht. Die Musik hat sich so angehört. Das, komm, komm. Das war unfair. Ich hasse das, ne? Weißt du, und jetzt geht er. Na ja, Schwanzpanzer. Schwanzschutz daneben. Wirst du dich nicht hinlegen. Oh, ho, 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 ho. Wieso? Wieso musst du immer einen Bogen fahren? Danke, Katze, dass du es abfängst. Hör auf, immer das fucking gleiche zu machen. Holy shit. Wir sind halt echt bei ihrer scheiß KI-Überarbeitung, dass wir dich permanent das gleiche machen. Das ist halt... Das ist halt... Das ist einfach nur nervig. Guckst du... Ich werde... Danke-Überarbeitung. Und dann geht es... Okay, du bist du mit dir. Und dann geht es. Warum? Nein, du bist ein Abfängst, oder? sondern.. Ich gebe es... Ja, ich gebe es. Ich gebe es. Na, braucht dich einzugraben? Boah. Dann werde ich ja wieder salzig, ne? Aber ich habe mein Zeug. Ich habe meinen scheiß Schwanzschutz. So. Na, man kann auch so einen zweiten looten davon. Unfair. Wie kriege ich einen Schwanzschutz ohne den Schwanz? Oh, ein Lichtkristall. Cool. So cool. Reicht denn auch für heute wieder, wenn wir den, äh, 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 Bogen da haben? Boah, die ist ja kein Sprintzeug. Schade. Hey, Partner. Ah, ja. Ah, ja. Halt's Maul. Naja, ist das der Diablos-Bogen? Eis. Wieso Eis? Hm, auch egal. Aber er gibt einen Verteidigungs-Bonus. Das ist nett. Gibt meiner nämlich nischt. Heißt, das war es doch erst mal. Ich, äh, töte den Stream, äh, äh, ähm. Man sieht sich denn beim nächsten Mal. Hau da rein.